Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um die Zaunedechse. Die Zaunedechse, das ist jetzt ein ausgewachsenes Männchen. Dazu haben wir auch schon ein Video. Und ja, wir haben ja schon Informationen, aber trotzdem, hier sind die schönen Flanken bei den Männchen und diese weißen perlmutfarbenen Punkte. Ganz markant ist auch dieser schöne Strich hier oben bei den Zaunedechsen, dieser Balken. Und die haben hier so eine kleine Panzerung. Von der Seite sieht man hier nochmal die Zaunedechse schön. Wenn ihr noch mehr Informationen zur Zaunedechse wollt, wir haben ein Video dazu. Findet ihr auch auf unserem Kanal und die setzen wir jetzt aus. Hier so auf dem Kiesweg. Vergesst natürlich nicht unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und lasst ein Like da. Aber und jetzt geht es los. Die ist doch schön.